Frau Welty, nach der EM sicher heute der härteste Gegner, den die Schweiz bis jetzt getroffen hat. Wie haben Sie die anfangliche Druckphase von Schottland, die sehr stark war, erlebt? Ja, ich glaube, wir hatten in Zyperr-Göp auch schon ein paar starke Gegner. Wir konnten diesen ein bisschen richten, sage ich mal. Aber heute stand sicher der beste Gruppengegner der WM-Quali vor uns. Ich glaube, das hat man auch gesehen. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel relativ gut im Griff. Sie hatten zwar 1-2 gute Chancen gehabt, aber wir auch. Meiner Meinung nach könnte man 2-0 für ihre Pause. Das haben wir aber nicht geschafft. Und in der zweiten Halbzeit war klar, dass Schottland etwas verändert hat. Die waren nicht im Spiel. Und dann war es relativ schwierig, für uns zu verteidigen. Also wir hatten nicht mehr viel den Ball gehabt. Wir haben sehr viele freie Schläge gemacht. Aber in so einem Moment war die Routine noch ein bisschen wichtig. Das, was wir aus den letzten Jahren erklärt haben, dass wir einfach mal abklärt spielen und auf Resultate spielen. Und nicht immer einfach auf die 2- oder 3-0 drücken. Ich glaube, das war das Wichtigste, der Schlüsselpunkt. Und im Endeffekt sind wir überglücklich, dass wir jetzt 5 Spiele und 15 Punkte haben. Die Reaktion war hervorragend. Nach der Druckphase von Schottland ist die Schweiz stetig besser geworden. Verdient in Führung gegangen. Die Halbzeit hoch aufgehört. Nachher, die zweite Halbzeit, als sie aus der Pause kommen, extrem stark rein. Ist das für Sie auch Motivation, dass Sie sehen, dass Ihr Team auch jedem Gegner gewachsen ist? Auch für die WM? Ja, auf die WM möchte ich noch gar nicht blicken. So weit sind wir jetzt noch nicht. Es stehen noch drei wichtige Spiele vor uns. Wir müssen noch nach Polen und nach Schottland. Das ist sicher nicht einfach. Aber ich glaube, wir haben heute gesehen, dass die jungen Spielerinnen gut ins Team wachsen. Dass sie auch Akzente setzen können. Gerade gegen Vor- vor allem. Und wir routinierte Spielerinnen sind auch für das zuständige, dass die Organisationsteam. Und ich glaube schon, dass wir die Routinen, wie wir heute das Spiel geführt haben, auch mit in die Zukunft nehmen können. Ob das die WM ist, wäre natürlich schön. Dass wir vielleicht nach einem 1-0, wo man wirklich sagt, stopp, jetzt nicht alles riskieren nach vor. Sondern heute verspielen wir auf Resultate. Heute hat das Team auch Spielerinnen eingebaut, die zum Beispiel nicht an der EM-End-Runde dabei waren. Die haben sich recht sauber, recht gut in das Team eingeführt. Wie wichtig ist denn auch für Lia Welty ihre Rolle als Führerin, wenn sie die Spielerinnen in das Team integriert? Haben Sie dort auch eine zunehmende Verantwortung? Sehen Sie das so? Ja, jetzt nicht nur ich. Also ich auf jeden Fall auch, ja. Das ist klar. Aber wir sind auch hier 3-4 Spielerinnen, die zu diesem Kern gehören, die wirklich die jungen Versuche erhangen zu nehmen und zu führen. Und dort nehmen wir natürlich auch die Verantwortung. Ich glaube, ich bin jetzt lange genug dabei, dass ich das so darf und das so muss. Und ich glaube, ja. In den letzten Wochen sind wir gut zusammengewachsen aus dem Team. Und darum sind die jungen Spielerinnen auch so gut auf dem Platz und zeigen, was sie können. Vielen Dank. Frau Dickmann, heute ein Match mit extrem viel Druck im Mittelfeld. Schwierig für Sie, vor allem in einem Zweier-Mittelfeld. Wie wichtig war es, dass Sie und die LIA Welt, die sich so gut auskennen und genug routiniert haben, dass Sie das dann umkippt haben. Und plötzlich ist die Schweiz für 60-70 Minuten viel mehr am Drücken als Schattler. Für mich ist es sehr schön, neben der LIA zu spielen, weil sie kennt die Position in- und auswendig. Für mich ist es eher eine ungewohnte Position, obwohl ich sie in der Vergangenheit auch schon oft gespielt habe. Aber sie ist für mich einfach das Herz unserer Mannschaft und ein Ruhepol, der mich immer wieder beruhigen kann. Und die auch das Spiel beruhigen kann und uns extrem gut tut. Also ja, es ist sicher nicht einfach gewesen, als wir nachher 2 gegen 3 waren in der zweiten Halbzeit. Und es hat dann so etwas ausgesehen, als würden wir uns hinten rein drücken lassen. Aber ich finde, wir sind kompakt gestanden. Wir haben zusammen verteidigt und haben eigentlich nicht viel zugelassen. Jetzt ist Schottland einer der herzlichsten Gegner, die die Schweiz bis jetzt seit der EM getroffen hat. Wie wichtig ist es, dass Sie als Käpt'n und erfahrenste Spielerinnen auch mithelfen können, dass die jungen Spielerinnen, die jetzt an der EM nicht dabei waren und ein neues Team kommen, genau auch die Leistung abrufen können, was Sie und eben Frau Welty das auch geschafft haben? Ja, es ist natürlich so, dass wir versuchen, ihnen so viel wie möglich zu helfen im Training oder im Spiel. Also viel reden mit ihnen und auch vor allem positiv bleiben. Ich finde, sie machen es alle super vom Einsatz her und sie haben alle mega viel Talente. Und sie haben in der Zeit, in der sie jetzt dabei sind, die einen sind jetzt auch schon etwas länger dabei. Wir haben einen Geri, der schon mehr als ein Jahr dabei ist. Sie haben auch schon richtig viel gelernt. Sie kennen ja auch Martina schon länger zum Teil und wissen ja genau, wie wir spielen wollen. Ich finde, sie machen es richtig gut auf dem Feld. Und das Wichtigste ist, wir haben unseren Job gemacht, wir Eltern, wenn die Jüngeren sich wohlfühlen und einfach ihre Qualitäten auf den Platz bringen können und frei aufspielen können. Mit dieser Punktzahl und dem Sieg jetzt der Schweiz ist die WM schon halb drinnen. Ich meine, in Schottland jetzt nur ein Punkt und dann sollte das eigentlich gegessen sein, oder? Ja, es war natürlich ein wichtiger Schritt heute. Aber die drei Auswärtsspiele werden noch richtig schwer, sage ich jetzt mal. Man weiss nie, was man in Weissrussland für Konditionen vorfindet. In Schottland wird es auch noch mal richtig hart und in Polen sowieso. Also es sind für uns keine einfache Heimspiele gewesen, dann wird es Auswärts noch mal schwerer. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir haben eine gute Stimmung im Team, wir haben viel Selbstvertrauen und das ziehen wir jetzt einfach durch. Hören Sie bis zu einem weiteren Champions-League-Titel wieder? Das wäre natürlich schön, ja. Frau von Zeglenburg, Schottland, wie angekündigt, einer der herzten Gegner, die die Schweiz seit der EM angetroffen hat. Das war ein Trainerinnen-Spiel, denn Schottland rückt sehr fest am Anfang und dann kommen ihre Anweisungen und das Team ab der 20. Minute viel besser drauf und dann aus der Pause mit so viel Elan. Wie wichtig war für Sie, dass Sie mit dem Team in der Pause noch kurz reden konnten, um dann dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten? Ja, ich fand, das war eigentlich bis auf die ersten zehn Minuten, wo es so ein bisschen natürlich unruhig war, wo sie auch noch Möglichkeiten hatten, aber auch nichts wirklich rausgespieltes, torgefährliches, war es für uns ein total souveräner Sieg. Wir haben im richtigen Moment das 1-0 gemacht in der ersten Halbzeit, eine schöne Aktion. Wir hatten noch zwei, drei richtig gute Kombinationen, noch den Kopfball von Kiewicz, der auf der Linie, glaube ich, geklärt wird. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann gesagt, es ist noch nichts gewonnen, für uns wird wichtig sein, im Umschaltspiel defensiv vor allen Dingen, souverän zu bleiben, nichts zuzulassen. Und das ist uns bis auf eine kleine Szene, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und das war wirklich dann sehr reif. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Schottinnen jetzt eine gute Idee haben, wie sie uns ausspielen können. Wir haben uns vor zwei Monaten unterhalten. Da sagten Sie, wie wichtig es ist, dass Sie den Nachwuchs nachformen können. Heute haben wir gesehen, viele Spielerinnen, die an der EM-Runde noch nicht da waren, die haben sich aber sehr gut eingefügt. Wie sehr ist das auch die Leistung Ihrer Führungsspielerinnen, dass das geht? Genau, das war heute total wichtig, dass genau die Achse der Führungsspielerinnen, Thalmann, Kiewicz, Welty, Dickenmann, Anna Maria und vorne Ramona, dass die genau diese Säule getragen haben. Und dann kann eine junge Spielerin neben Kiewicz wie Luana Bühler, die, glaube ich, ihr drittes oder viertes Spiel erst gemacht hat, die kann da wachsen. Die Noelle Maritz hat ihr da geholfen. Und das ist natürlich wichtig, weil es das Team trägt. Und für die Jungen wird es dann einfacher. Und ja, die brauchen genau diese Erfahrungen, um dort auch stabile Leistung zu bringen. Wir haben noch ein paar Dinge gesehen, die sicherlich noch besser gehen. Aber heute war es wirklich eine reife und sehr gute Teamleistung von unseren wichtigen Spielerinnen, die wir immer auch brauchen. Und das wussten wir vorher. Und das hat sie heute, Gott sei Dank, bestätigt. Herzlichen Dank. Miss Little, you like to score against Switzerland. It would have been your fifth goal tonight. Yeah, you've scored already four. That means ten percent of all your goals. How sure are you after this game that you will score again back at home? Yeah, you know, that's part of my game scoring goals, so I'm confident I will. How was it to come back to international football after the injury, after missing the Euros? Do you feel comfortable in this team? Do you think it's still the right position that you're playing, the right formation that can bring out your strengths as much as the strength of your teammates? Yeah, obviously my first game back internationally. I haven't been with the squad since our new manager Shelly took over, so it's been a new experience for me, but I'm looking forward to many more games with the team and hopefully victories. At home with Arsenal, you're doing all right, but still not as well as you were used to do before your injury. What's the next goal at home? What are the new highlights that you want to reach at the end of this season where it's getting a little crowded on top of the Premier League? I think Arsenal are doing very well, actually. We're very much in the race for Champions League spot, we've won the League Cup and are still in the FA Cup, so yeah, we're very much in the place we want to be. Thank you very much. Thank you very much.